genau und die in der Runde hat und er gab die Jahre aus und sind so drei mal drei jetzt muss ich ganz schnell so aufbauen die alles was da oben kommst du uns die Diener Seite mit den drei Dinger aufmachen der Erdienste drei Stunden alle verantwortlich das war ein paar Jahre Karlsruhe der Ausrüstung ich möchte den Zug okay soll ich das nicht wahr ist schon das war schon viel vorhanden ich glaube der Glitter nur rum ich kann nicht bauen klopft die Welt klopft die Welt Alter Alter Walter ich bin direkt weg und weggeschossen ist glaube ich okay oder Alter Spinnen passen da jetzt ja nicht durch warte mal kann man sich da nicht irgendwie hochbauen und von da aus die Sachen kaputt machen ich hab nur ein halbes Herz geh mal weg da da kannst du doch schon aber ich bin nicht schnell genug um oh das zündet einer oder mal geil die Creeper dazu dürfte das mittlerweile nicht mehr so schlimm sein weil das Alter Alter ein von der Schiff der Schiff der Schiff der Schiff der Karte mit die Veränderung ich sage mal die Scheiben kaputt machen wo kommt eigentlich die Erfahrung hin aber bis zu der Verlagerung sollte eigentlich hier alles ab da war schon mit CD-D und zwei CDs schon läuft und das neue Fahre unterkommt ja aber er hat ja immer geschrieben ich bleibe hier stehen weiter machen der Wetterdruck alter ich versuchte uns an die Sachen da kaputt zu machen aber da kommt jetzt nicht speisteten die da unten kommt dann da geht es nicht mehr das kann oder das kriegen wird vor allem und jetzt an den thema zu tun die verraten vor Ort für Spinnbarkeit erhält er echt auch Prozent die Löser nicht so wie böse böse als seiner aber nicht so cool wenn du da vorne im weg gehst dann können die erfahrung auch da runterkommen also nicht sehen sondern da vorne am fenster musste weg weil die erfahrung bitte noch von ihr angezogen oder nebenbei später hast du noch die alle auf einmal explodiert oder so jetzt kannst du jetzt kannst du eigentlich den stein gegen glas austauschen alles und ist ja jetzt zur ruhe las habe ich noch ich habe glas ich habe alles alles aufgemacht eigentlich das wirklich alles warum leben die denn nicht mehr nicht weil du musst erst oben die sind die löschen auf nein da noch nicht oder doch das mal auf der mache ein weg hier ein das ist alles auf dann kann man nicht zu nahm wird muss mal krass ja hier teamarbeit und alles da wer ist nicht da gut hier mit der hatte wahrscheinlich gerade genug zu tun weitergekommen ist nur um die jetzt einzig überkommen ich habe jetzt zwei stoppen Prozent ich frage mich von denn es ist ja stimmt das ist doch gewesen und es war wir haben wir unten und dann gucken ob es dann tun doch noch eine gefunden ich habe mir die weg gesagt die erfahrung das scheint alles zu funktionieren oder also wenn ich hier eine halbe stunde hinschöre ist hast du schon gut gemacht kommen sie zu dritter das war schon krass als jay nur einen block weggemacht hat und da runter kam wie sonst war ich habe geschossen von dem pfeil und ich meine immer keinen spaß daran hat dann geht man halt hin macht das doch einmal zu dann wartet man fünf minuten und dann machen wir das wieder auf echt krank was da rauskamen und dann musst du dir erstmal so ein mega schwert damit bauen mit dem ersten level alter was soll er te... te... wat? kann man nicht einfach mit dem stock aktivieren sogar wenn er gegen ein haus aus versehen ich glaube nur mit dem schalter mittlerweile ach guck mal die die von oben fallen kommen sterben und Seb snackt sich ja alles weg echt die von oben fallen sterben echt mal Seb verpiss dich mal ich will ja auch ein bisschen Erfahrung abslacken ich hab leider die erste Ebene ich hab die 50x50 ausgehoben ja und dann ist den Gang hier nach unten gebaut und da fehlen glaube ich zwei Felder oder so dass die... noch damage kriegen komm doch komm doch und ich habe jetzt keine Lust einfach alles nochmal zwei Felder höher zu machen nein der ist schon gar kein scheiß Au! Ups! Wie hab ich denn Schaden gekriegt? du würdest es durch mal wild durchgelaufen du würdest mich drauf fallen du musst nur nicht in der Ecke stehen du darfst nur nicht in der Ecke stehen du darfst nur nicht in der Ecke stehen du darfst nur auf dem Holzblock der muss mal weg da da muss man nicht mehr einfach geduldig sein alter jetzt geht aber ab hier oh alter da fallen die einen nach dem anderen runter der kriegt ja gar nicht tot naja ja so ist der ok Creeper sind ein bisschen widerspenstig mit dem scheiß ja da ist ein Feld Wasser was leider unendlich wasser ist wo die dort stehen bleiben können ja einfach mal zumachen nochmal drüber Wann musst du eigentlich ins Bettchen? gleich so ja ja musst du morgen arbeiten? hm jein zuhause jein jein ist auch nicht schlecht also ich muss nicht ganz so früh raus deshalb sterb ich frage mich ja wo Hardy ist ich stehe hier rum und lese weil ich jetzt sicherlich nicht nochmal hingehen werde und meine Sachen neu fahren werde zumindest nicht in der jetzigen Aufnahme hat der noch eine CD gekriegt? ich nicht ich habe mein Inventar das ich voll ich kann eh nix voll mit Holz von Hardy letzten Mal waren zwei CDs direkt dabei alter da das sah so aus als wenn einem Creeper 2 gewonnen werden ne keine CD blöde ist echt dieses unendliche wasser da liegen jetzt schon relativ gleich nichts drinnen aber dann der nächste Mal doch nochmal zu machen ja oder kann man nicht von unten da irgendwie dran du kannst das ja einfach zu bauen du kannst das ja einfach zu bauen es geht ja vorhin und baust dazu das geht relativ easy das Problem ist die halt immer nur wenn das wieder aufmachen muss dann geht nämlich ab ah Dennis ich habe übrigens geschafft den Router zu resetten und zwar nicht über den Knopf sondern unten drunter ist der Knopf den man mit einer Nadel eindrücken muss unten runter? ja das ist so ne wir haben so ne Säule das ist so ne schwarze kleine sieht aus wie ne kleine Chrome mit so einer gehen wir denn die ganze Zeit darüber schon wie das Internet? ne ich wollte nicht um fünf vor sieben das Internet rausziehen und das dann ausprobieren ja gut dann können wir probieren wir uns halt gleich aus ja von mir aus können wir jetzt nach Hause machen Christian kann man nicht davon den einen Block wegbauen was kannst du? den einen Block eben wegbauen dann läuft das hier rein ach ja welchen Block? hier vorne links den den, den ja ach das ist nur ein halber oder? der läuft ja von links nach rechts ich habe extra da links so ne Einkerbung gemacht damit das Wasser von links nach rechts läuft so ach was für ein schöner Aufnahmetag wo Mittwoch geht schon weiter ist das nicht schön? so für mit was denn? Minecraft mit was denn? deiner Mama stimmt der hat Jayab gesagt echt? stimmt der hat Jayab gesagt echt? sonst oder erst später aber das kann man ja nachher besprechen oh jo ok das sind wir mal so eine Ready Termine ja nüt dann da geht es zu schauen und bis zur nächsten Folge tschüss